Hallo und ganz herzlich willkommen zur hessenschau. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja und gar nicht so schön ist, wenn Wahlplakate beschmiert und bemalt werden. Immer wieder müssen neue aufgehängt werden. Und das ist teuer. Ja und wer noch keine Lust auf Herbst hat, kann sich im Palmengarten noch ein paar Sommergefühle holen. Sie gelten als eingeschworene Rechtsextreme, die sich als weiße Elite sehen und gewalttätig sind. Ja und wie spätsommerlich oder herbstlich das Wetter weitergeht, das sagt Ihnen gleich Laura DiSalvo im Anschluss. Und noch ein bisschen später haben wir dann auch nochmal Nachrichten, Claudia. Ja, 22.15 nochmal die Spätausgabe der hessenschau. Dann bis morgen. Tschüss.